Einflusslich in der Nähe der Ladebucht. Alle verfügbaren Einheiten sofort durch hinten. Achso. Ich muss zuerst das Zeug hier rausschalten. Irgendwo? Vielleicht? Das ist jetzt mal schon hier unten, oder nicht? Okay, hier nicht. Bin ich jetzt hier gefangen? Hä? Ich glaube, man sollte hier gar nicht hinkommen... können. Oh! Das ist ja jetzt sehr schlau. Okay, hier so. Aber wo schaltet man das denn ab? Komische Textur. Hier auch nirgends. Okay, vielleicht denke ich auch jetzt zu weit und ich muss einfach durchspringen. Kann auch sein. Ja, gut, das war's. Einfach durchspringen. Wirst du auch nicht. Oh ne, da kommen noch mehr Leute. Nach dem Plan müsste es da drinnen hinter der Förderanlage einen Weg geben. Zuerst mal oben rein. Wofür kann man hier rein? Wahrscheinlich um zu sehen, dass man hier über den Lüftungsschacht irgendwo rein kommt. Okay, hier kann ich nichts drücken. Schnell bevor sie dich finden, Faith. Schnell bevor sie dich finden, Faith. Ja, alles gut. Schätze mal da hoch komme ich nicht. No! Bist du bescheuert? Hey, Catching Area. Nach dem Plan müsste es da drinnen hinter der Förderanlage einen Weg geben. doch. Achso. Achso, nee, da... war es schon richtig. Schnell bevor sie Dich finden. Viertelband-Hauptschalter. Ah ja, alles gut. Viertelband-Hauptschalter. Viertelband-Hauptschalter. Hä? Viertelband-Hauptschalter. 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 Das bringt mir ja hier gar nichts, was ich hier gerade mache. Ach so, ein Lüftungsschacht. Spannend. Wer hat da die Kamera bitte umgedreht? Sieht alles so steril aus hier. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Ah, das ist die Sicherheitszentrale. Sieht sehr Hightech aus. Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch? Wir. Merk. Hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Die kennen uns alle. Das ist das Trainingmerk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Sie sind alles okay da oben. Oh, ich wie ein Grabe. Nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsaufrüstung die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deckel des Schiffs im Haufen. Hör zufels. Du hast genug getan. Im Moment schattest du mitten in der Höhle des Löwen zu sein. Also mach, dass du da rauskommst. Ja Moin. Der Funk fliegt aus. Die Kotz haben dich entdeckt. Nichts wie raus. Wer flucht? Haha. Danke. Bye. Alter, ich find das gar nicht geil, wie die Schritte hinter mir sind. Ja, nice. Lass mich. Bitte in Ruhe. Bitte. Drück, 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 drück. Puh. Alter. Diese Schritte hinter mir. Fand ich gar nicht gut. Ja genau. Als ob die so schnell sind. hoch. Lasst mich in Ruhe. Nee, ich bin gesprungen. Mainz. Haha. Haha. Vor dir sind Bartleiste. Das könnte dein Weg aus sein. Ich versuch's. Wollen wir von den Tips Game Face? Hau ab! Nee, ich bin nicht gesprungen. Oh mann. Bist du am engagieren? Lass dich mitnehmen. Hä? Okay, ich kann nicht gegen die ankommen. Ich seh's schon. Wieso? Ich hatte noch nie so ein Spiel gespielt, was mich so irre macht. Bist du am engagieren? Lass dich mitnehmen. Ja wie denn? Ich komm ja dort gar nicht mehr hoch. Ja gut, okay. Jetzt muss ich auch noch im Sprung... Weißt du, wir verdienen DIP Game Phase? Hau ab! Gute Arbeit. Ich werde versuchen die Infos über Icarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Runner warnen. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Das Spiel macht mich fertig. DIP. DIP.